Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mit FS2Stypes4Kills gespielt und ja, gute Runde, musste mich leider etwas auf Toch holen, aber naja, am Ende würde ich schon sagen, es hat Spaß gemacht und wenn ihr wollt, lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns nach dem Video wieder, haut rein, tschau tschau. Du darfst einfach woanders landen. Ne, du kriegst hier hin. Wo denn? Du hast schon markiert. Ne, wir gehen Frenzy, dann gehen wir hier hin und dann fliegen wir da hoch. Aber erst Frenzy landen zusammen. Weil ich hätte irgendwie schon Bock auf die Dual Pistols. Nee. Es geht gefühlt halt niemand in Squads zu den Orten außer Agency und so natürlich. Ja. Sieh mal einer an welcher Bot da jetzt gekommen ist. Ich habe ihn auch sehr eingeladen. Oh, oh, es kommen zwei mit. Sollte, sollte möglich sein. Es fände ihnen die schade, sie hätten statt der Mini-Gun, hätten die einfach ne, ähm, ne mythische Heavy machen müssen. Ja, oder immer ne Pumpgun. Oh, so ne mythische Pumpgun, Alter. Das stelle ich mir richtig nervig vor. Das war halt nur Granaten. Ich fühl mich wieder hier im Krieg. 1999. Ja, Zweiter Weltkrieg. Okay, man. 1999, Zweiter Weltkrieg. 180er Headshot. Bitte kommt jetzt nicht. Er kommt, er kommt. Nein. Die kommen wir mal genau da, wenn man einen verhört, Alter. Ja, ich bin unterwegs. Hab den AIM. Okay, hab einen. Oh, einer ist noch da. Derselbe wie du. Immer noch nicht alle tot. Jetzt stirbst du. Warte, ich komm gleich. Ich verteidige mich einfach schnell. Oh, ich wüsste wo es der letzte hinverkrochen hat. Ja. Okay. Da bin ich schon wirklich super verteidigt. Hast du die letzten gefunden? Nee. Ich bin mal weg. Guck mal, da bin ich sehr gut verteidigt, oder? Ja, die Kiste noch bei mir gelootet. Ja, da war nur eine MP drin. Okay. Da ist ein Mini. Mach gleich. Jetzt nicht so nötig. Ich hab mal gut. Na gut dann los. Ja. Ja. Ja, das war jetzt mehr wenigstens die Chest unten. Ja. 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 Du musst sobald du rauskommst direkt schießen. Normalerweise. und dann kann ich hilfreich. Ja. 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 Die Kiste ist nun auf der anderen Seite. Ja. 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 weißt du was? du weißt es nicht man stirbst warte was der letzte ich nehm ich ne ich kann ich ähm gut ich geh schon mal wieder raus ich hab nen Biggie für dich joo ich hab ne blaue Pump für dich wann ist dann bitte noch deine Waffe um? warte ich bin ein Gegner darf ich dir durch meine Waffe umwandeln? doch hier ist immer noch ein Gegner warte 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 nein ich bin krass wuuu er ist echt hier er hat direkt gecamt ach alter er hat zum Glück nichts getroffen ich war zwar drauf vorbereitet dass er kommt er hat mich trotzdem erschreckt die Mates kommen warte 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 ich seh den halt nicht mehr von wo warte ich brauch kurz was ich komm gleich wieder ist offen ich habe noch ein Maid ich habe noch noch eine Maid ich habe noch ein Maid ich habe noch ein Maid Flieg, jetzt flieg zu diesen Shadow und der schlupft da hinten. Ah ne, der ist nicht in der Zone. Bin er angeschossen? Warte, von wo? Warte, ich seh's. Warte, bleib, halt still, halt still. Au, halt nicht still. Weg, 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 weg. Flieg doch nicht hin, ich bin low. Runter, runter. Diese, nein, hör auf weg zu fliegen. Mann, was machst denn du? Alter. Ich töte die jetzt. Ich töte die trotzdem. Warte kurz. Mann, ich hab keine Sniper. Die sind 20. Ja, von denen hat auch nur einer der Sniper. Oh, da ist ne Bandygun. Kümmerst du dich um den im Tunnel, der will mich pushen kommen. Hab einen gesniped. Lassen wir den. Warte. Ja, Schildberg. Es kommt, kommt wer mit dem Heli pushen. Ja, moin, ja, moin, ja, moin, ja, moin. Der mit Comic-Gang kommt. Ich seh's. Er lebt halt wieder. Er hat sein Maid noch hoch holen können. Fuck. Riesen Eingekreis. Und der eine ist 30, hat 30 AP. Der direkt vor mir. Er kommt von... Er ist links. Beide sind links. Wo hat denn der... Von oben. War klar. Hier mich, hier mich, hier mich. Das war jetzt dein Maid. Ja, das Leben aber noch mehr. Ich hab den nicht gesehen. Okay. Für einen von denen. Oh, beide. Da ist er dich. Okay, finischen. Ja, der Maid feite gerade gegen die aus Dings. Ja, nehm ich. Na gut, unser Heli ist halt drüben. Warte, da war eine Bennygun drin. Lass mal Zone. Ja, geht nicht, die feiten da. Egal. Egal. Durchs Wasser meinst du das? Wir laufen die gerade. Ich laufe gerade lang. Achso, da geht's in die Zone. Ich dachte, wir müssen nach Friends hier wieder. Oh, holen die Hedge ist. Ich hab auch drei Medikits am Start. Ich nehm gerne eins. Da ist eins. Eins liegt da noch. Wo denn? Wo denn? Ähm, im Haus. Okay. Der Heli steht da noch. Ich weiß. Ich probier grad hinzusnipen. Ne, sie sind drin. Fuck. Versteck dich, Jumbo. Die dürfen uns nicht sehen. Nicht anschießen. Sonst halten die anderen und pushen uns. Versteck dich. Das mit Jumpad, oder? Ja. Langsam. Ah, damit können wir es sogar in die Zone schaffen. Oder? Ey, da ist doch noch ein Heli. Oder? Ja. Ja. Dann lass' ich ne Heli nehmen. Ich muss aber in den Kresor gucken. Okay, warte. Kissen ist gar. Das brauch ich nicht. Okay, komm dann, bitte. Ja, okay, doch. Hier ist noch ein Bot. Der ist grad aufmerksam. Wir müssen dringend schonen. Oh ja, lass mich aber bitte fliegen diesmal. Du bist so unents... Nein! Ich bin doch gewechselt. Let's go. Oh, im Weeping war ein Schützer. Da unten ist wer. Wo? Irgendwo da unten. Da unten ist wer. Da sind zwei. Da stimmt, ich seh's. Das sind mehrere. 50er. Einer noch. Ich hab' ihn. Danke. Warte, ich krieg' Zonen schon. Händlich. Ha. Aber er ist genau in der Zonen. Oh, die Mates kommen. Warte. Kille den mal schnell. Ach so, ja. Wissen die, wo wir sind. Warte, wir werden auch von einem anderen Team angeschossen. Ja, wir werden gesandwiched. Warte, hier von links kommen gleich die Gegner von dem Typen, die wir gekillt haben. Mates. Und aus dem Wasser rechts kommen wir ins Haus rein. Wir laufen um die rum. Ich weiß nicht, ich kann es decken. Die fighten gegen die anderen, warte. Wir können die vielleicht von hinten snipen. Ganz ruhig. Nein, nein. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich hab' eine Schalliwaffe. Wir müssen hier so seitlich laufen. Was machst denn du? Ich bin nicht mehr bei dir. Einer ist laut. Welcher davon? Einen hab' ich gesniped. Und den anderen, beide dürfen Hips bekommen haben. Oh, einen hab' ich. Äh. Einer hat, weiß nicht wo der war, der hat mich nur geschossen. Einer ist nicht da. Ehre, gut. Wir müssen uns beeilen. Ich muss schnell mich hier in die, wen ich nehm' Ähm, ja gut, ohne. Ja. Ich hab' noch ein Jumphead, aber ich glaub' das können wir laufen. Ne, das Jumphead. Jumphead. Komm. Ich muss laufen, ich hab' das Jumphead nicht mehr bekommen. Ich hab' ja noch ein Jumphead. Ich hab' ja noch ein Jumphead. Ah, ich lauf' trotzdem. Ich lauf' auch. Warte, ich gönne mir kurz einen Jumphead. Ich gönne mir gleich auch einen Jumphead. Du hast nicht zufälligerweise Minis mit? Zufälligerweise schon. Okay, gut. Ich brauch' dem gleich noch mehr Rockets. Hab' zwölf Rockets. Oh, ich hab' nur drei. Aber erst in die Zone. Oh, ich hab' den einfach gesniped und nicht drüber nachgedacht, was passiert dann. Ich hab' mich halt ferngehalten. Los. Probier' da vorne, wir probier' da vorne noch einen Busch zu bekommen. Leute, das ist ein Riesen-Busch. Ja. Oh, die hier ist direkt wer. Vorher. Lass' das ziehen, lass' das ziehen. Zwei Meter vor uns ist wer. Geh' mir nicht schnell. Und Rockets. Nimmst du die übrigen, bitte? Warte, ich guck' kurz, wo er ist. Ich hab' noch zwei Mad-Kids zur Not. Oh, die sind die Feiten vor uns. Nein, das war dumm. Er hat eh nicht hinzu gebaut. Der hört den Schuss nicht, der hört den Schuss nicht. Fuck, ich hab' zu lang gebraucht. Ich will's noch ne... Kannst du's nochmal machen? Ja, ich muss kurz nachladen. Warte, warte, warte. Ist runtergegangen. Er sniped auf mich. Wir müssen, wir müssen eh pushen. Warte, er kommt pushen. Ja, er gibt mir Headshot. Mhm. Mhm. Mach, mach schnell. Die Zone kommt gleich. Ich bin genau auf seinen Kopf drauf, aber er gibt mir einen Headshot, das klar. Ich hab' nen Jump Head. Ah, was machst du? Du musst weitermachen. Ich war... Eigentlich war der. Ich hätt' mir mal Mad-Kid gönnen können, ohne deinen Fehler gerade. Okay. Jump Head? Laufen. Laufen. Nee, darf ja los. Hab dem einen einen Hit gegeben. Ich bin dann so, ne? Dem einen Dude da vorne hab' ich einen Hit gegeben. Gut. Hast du nochmal Menis? Ja. Komm her. Ich hab... Ich hab' mir noch geholfen. Bevor hier im Haus ist wer. Also nein, der ist voll. Ja, wow. Hol ihn dir, hol ihn dir, Tiger hat Lust. Er darf mich nicht finishen. Er ist so low, Alter. Er hat zwei Hits bei mir bekommen, plus ein Rocket. Er kann nicht mehr als zehn Leben haben. Schieß ihn runter, oder? Ja. Okay, komm her, komm her, komm her. Stell. Es lebt nur ein Gegner. Ja, und ich weiß auch wer das ist. Mach einfach. Den Typen nirgeln Sniper. Das ist der Sniper Dude von eben. Oh, nee. Aber ich hab denen eben einmal den 95er gegeben. Gerne nochmal drei Rockets. Drei Rockets brauch ich nicht mehr machen. Und Minis. Ja. Minis sind höher. Ja, warte. Der Typ hockt da einfach drinnen. Rockets nochmal, danke. Ja, er schießt auf uns. Ne, er schießt auf den Newtrop. Er will den Newtrop gönnen. Er darf keinen Walker Launcher rauskriegen. Sonst fuckt er richtig ab. Nix ist schlimmer, ist ein Sweaty, der mit Walker Launcher spammt am Ende. Er kommt. Ja, ist der ist. Hab ihn runter geschossen. Er will sich high holen. Er sweatert halt unser Leben. Er weiß halt nicht, dass ich existiere. Gut, dann mach ich das. Ich spame ihn jetzt so lange, bis ich so tot ist, Alter. Ja, komm, du musst näher. Hier geht's. Schade, du hättest jetzt auch noch eine Rocklauncher brauchen können. Hat einen Hit, hat einen Hit. Hat zwei Hits. Er ist tot. Woohoo. Nice. Am Ende konnte er halt nicht mehr eins wetten. Nice, 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 nice. Ich hab acht Kills und sechs Assists und du hast sechs Kills. Ich hab jeden deiner Kills einen Assist gemacht. Ja Leute, das war's dann auch schon wieder vom Video. Trotz der Tatsache, weil ich öfter erst mal gestorben bin, hab ich trotzdem noch mehr Kills. Ich hab sehr fest die Snipes for Kills. Joa, ich hoffe, die Runde hat euch Spaß gemacht. Lasst dann ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns in zwei Tagen wieder. Haut rein. Ciao, ciao. 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 .